Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 Episode 195 Ich bin's beim Video, euer Nico Blackout und willkommen gerade frisch von draußen Da haben wir gerade Leute bekämpft, wir sind im Zug und hier geht irgendwas komisches vor Dieser behinderte Typ ist da, ich geh mal kurz das hier ausgetan Ich habe gerade ein 1 Stunden LOL Spiel hinter mir und wir haben verloren, wenn unser Team zu blöd war Ich meine, was machst du mit einem Voli bei Support? Aber das ist jetzt nicht wichtig Ich weiß nicht, warum hier drin so krasser Nebel ist Ich bin mal eher ein bisschen vorsichtig Ich meine, es ist definitiv sehr eisig hier Und man kann deutlich sehen, dass dem Noctis kalt ist Was die fuck? Okay 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 Oh nein Na, warte, du Spass. 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 Na, warte. Spass. Gehntiano? Achtung? Noctis 世界に光よ Das war's für heute. Ich habe keine Angst. Aber... Ich wollte mich in der Nähe von mir hören. Ich wollte mich hören. Ich habe mich wie früher. Ich habe mich in die Hand. Drei zack der Kanagi Siegel der Eisgöttin Okay, das ist unerwartet, dass sie das ist Nun gut, sie hat einen magischen Hund Und dies und das und jenes Oh, oh, Kira Danke, Nokta Oh, ich bin gelaufen Ich habe das Sein Oh, oh, ich bin da Ich bin da noch nie Ich bin da vielleicht Ich bin da nicht , ich bin da vielleicht Hier Ich bin der Ich halte mich Ja, ich bin Ich bin gut Dang Mach Oh, Luna! Oh, Luna! Oh, Luna! Oh, Luna! Sorry... Oh, Luna! Sie haben sogar die Rötung seiner Augen korrekt hinbekommen. Beim Wein, das ist... Respekt, Alter. Okay. Mit dem Zug weiterfahren. Ist die eine Wiese... Aber bei uns bleibt ja halt eh nicht sehr viel anderes übrig. Jetzt noch so, dass ich mich noch nicht sagen kann. Oh, ich dachte, ich bin sehr久, dass ich mich noch nicht sterben habe. Ich glaube, dass ich mich noch nicht sterben habe. Ich bin auch noch nicht sterben. Ich glaube, dass ich mich noch nicht sterben habe. Nichts, dass ich es so gut fühle, wenn ich es so gut fühle. Ich werde mir das gut sehen. Was ist das? Oh, ich wollte es sagen, wer war. Ich habe das Gefühl, was ich? Ja. Was ist das? Ich kann es nicht sagen. Wo ist es? Wer ist das? Das ist Prompt. Das ist die Zeit. Die Zeit? Tate und Gralreia. Verstehst du? Wenn wir hierher kommen, dann kommen wir. Die Lusis-Kristall ist auch da. Das ist die Frage. Wenn wir wiederholfen, dann geht's. Wer zur Hölle ist dieser Kerl und wie mächtig ist der Sack? Er ist so mächtig, selbst wenn er wollte, er könnte nicht sterben. What the actual F? Alter, das ist übel. Das ist so krass OP. Kapitel 13, die Rückeroberung. Ich dachte das sind nur zwölf Kapitel. Na egal. Ardyn hat Noctis nicht nur Heimat und Kristall genommen, sondern auch Menschen, die er liebte. Nun wartet der Kanzler in Gralea unerbittlich und auf Rache sinnend. Warum sollte der Spastis sich rächen? Wenn irgendjemand das Recht hat sich zu rächen, dann bin ich das. Nicht der. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Ich trinke was. Vielleicht hilft das meine getriggerten Nerven wieder ein wenig zu beruhigen. Ja. Ja. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Also da muss ich hoch und da ist schon sicher Okay komm Komm Egnis Gehen wir weiter Ich werde ein bisschen auf die Rücksicht nehmen weil naja du kannst hat nur schwer schnell laufen aber es ist auf jeden Fall krass Und ich hab so ein Gefühl, dass es noch krasser werden wird. Holy shit, das sieht aus wie so ein riesiges Spaceship. Ist es wahrscheinlich auch so in der Art. Pass auf, stolper nicht. Der Zug wurde wahrscheinlich von einem Siegher zerstört. Junge, das ist doch kein Horrorspiel. Was soll der Müll? Wem möchtest du folgen? Guardian Ignis, Schwierigkeitsgrad leicht, Noctis, Schwierigkeitsgrad normal. Natürlich werde ich Noctis folgen. Du bewegst dich als Noctis weiter, bist du dir sicher? Äh, ja, bin ich. Alles geil, in Sontenbereich, dass du dann kannst du deine Route ändern. Oh, fuck, me, man. Du bist ein Vater, die König. Du bist doch ein Mann, wie ein Mann. Du bist doch ein Schuss, oder Schuss, oder Schuss. Ich bin der Mann, oder? Ich bin der Mann, du bist doch. Ich bin der Mann, wie ist das? Ja, wie ist das? Ah, fuck. Fuck! Wahrscheinlich ist das auf dem Grad schwieriger, weil man halt keine Waffen zur Verfügung hat. Aus Gladio hat man seine Waffe. Nur halt ich... nur halt ich hab... ...keine Waffen. This man... ...doch ich hab eine Waffe. Doch ich hab eine Waffe. Fing... 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 Oh, ist das mächtig, Alter. Der Ring ist so hart mächtig. Fing... 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 Ich weiß nicht, was ich hier verletzt. Item, super Elixier, sonst nichts. Hier ist überall zu, man kann nicht durch. Schaltkreis B. Das ist wahrscheinlich der Schaltkreis. Irgendwas? Nein. Ist auch nichts. Nur uns der Schalter um Türen und Fahrstücke zu aktivieren. Und so bis zur Zugen... Ähm... Cegnautus-Festung zu gelangen. Cegnautus, oh Gott. Wo der Kristall eingesperrt ist. Und wo sie eventuell auch Prompto haben. Okay. Gerne. Mach ich gerne. Du bist ein Nichts gegen den Ring der Macht. Hier ist alles so verfallen. Das schöpft eine ganz neue Atmosphäre. Fast wie ein Horrorspiel. Mir gefällt auf jeden Fall... Ähm... Die Richtung, in die sich Final Fantasy jetzt gerade... Also die das Spiel jetzt gerade eingeschlagen hat. Dieser lineare Storytelling-Verlauf. Irgendwie fühle ich mich auch gerade ziemlich hart an Resident Evil erinnert. Hierbei. Den siebten Teil habe ich leider noch nicht gespielt. Aber den hole ich mir bald. Ich habe bald das Geld. Alles klar. Der Schalter ist sicher. Jetzt zurück. Aber das Ding zieht halt... Mana ist fuck. Wow. Oh, was geht auf meine Hand, Alter? Ich den Ring benutze. Alter Schwede. Okay. Nun denn. Nun denn. Nun denn. Nun denn. Schön vorsichtig sein. Zur Gralea und den Zug. Ich kann nur den Soldatenstuhl und Söldner manuell speichern. Speichern. Ich speichere einfach mal. Was ist das? Ich möchte mich an den Hunter. 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 Jetzt ist es wichtig. Aber ich denke, dass es ein Hunter ist, dass es nur ein Problem ist. Nein. Es ist nur ein Problem. Das ist auch eine Rolle von Meludatio. Ich kann es nicht so schnell ausführen. Ich kann es nicht mehr um die Arbeit zu machen. Ich kann es nicht mehr um die Stadt zu retten. Ich kann es nicht mehr um die Stadt zu retten. Entschuldigung. Erstens ist es aus der�eren Arbeit. Schilderschnitte wie etwa eingesammelte Gegenstände und haben Kenntnommen durch die restlichen Spielschäden. Nein. Ich will das Noctus weitermachen. Nein, ich werde einfach mal, wie gesagt, ich speichere hier mal. Beziehungsweise ich, ähm. Und mach das Ganze dann eventuell auch noch mal als Gladio. Also na, ihr wisst schon, so halt aus seiner Perspektive den gesamten Weg auch noch. Wäre schon interessant zu wissen, wo es da lang gehen würde, also von ihm aus. Alterna, Ringmagie. Ein Alt, ähm, ein Arcana-Zauber, der die gesamten MP verbraucht und alle Gegner im Umkreis ins Nichts zu verbannen. What the fuck? What the fuck? Auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Ihr seid die Besten und Tschüss. Holy shit, Alter. Ja, ihr seid die Besten und Ich bin in der Schramm-Katze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020